so herzlich willkommen ich packe jetzt mal eben guitar hero live aus gekauft bei amazon für 59 euro über weihnachten war das glaube ich oder vor weihnachten vor weihnachten tschuldigung ja mal gucken was drin steckt ich drehe das mal schnell um das stativ habe ich noch nicht für das handy hier muss ich irgendwann mal kaufen ein stativ dass man das anständig sieht ein spiel 2 anzuspielen ok ja welches nehmen rausholen gucken was dadurch so rauskommt so so sieht es aus dort ausgepackt dort hingelegt so ja mal gucken hier so das ist ja die hauptattraktion die tolle gitarre hier in dem klopapier recycel pappkarton das spiel hier so nicht zu sagen die software hat dann der gurt ein gut das ist der wohl der empfänger hier der empfänger und schon ein unscharfer empfänger so hier haben wir noch zwei batterien du hast ja sogar und die gitarre die garantie irgendwas oder eine anleitung eine anleitung gut ja wahrscheinlich auch so eine dann baue ich die gitarre zusammen mal gucken wie die danach aussieht das ist falsch rum oder auch nicht wie ich verwirrt ich bin mir nicht sicher ob ich es richtig rum falsch rum ich weiß es nicht ich drehe es einfach noch mal weil ich es kann ja dreh dich rum so das ist die geile gitarre verarbeitung fühlt sich gut an so ein bisschen knöpfe gibt es ja auch irgendwo ein eingang fürs mikro so sieht das ding aus und dann werden wir demnächst mal loslegen da kommen die batterien rein damit kann man ja wohl ganz gute saufspiele machen wie ich sagen ich meine natürlich wassertrinken so ja das war das unboxing nichts besonderes aber vielleicht interessiert sich jemanden was da so drinne ist danke fürs zuschauen zuschauen tschö